So, willkommen zu meiner Heilmeditation. Das ist für alle, die mehr präsent sein möchten. Wir lassen alle Gedanken los, alles was wir erreichen möchten. Und alles was wir loswerden möchten, wir lassen einfach alles hier zu, was da ist und was kommen möchte und was erscheinen möchte. Aber wir folgen unseren Gedanken nicht. Die lassen wir einfach vorbeiziehen, ohne ihnen zu folgen. Und in diese Stille laden wir einfach das Licht ein, uns zu durchdringen. Wir stellen uns vor, dass unser Körper ganz leer ist. Und dem Licht keinen Widerstand leistet. Wenn der Widerstand da ist, dann lassen wir einfach diesen Widerstand größer werden. Wir blasen sozusagen Luft hinein. Wir schauen, ob da emotional etwas darunter liegt. Das lassen wir auch zu. Lassen es los. Wir sind hier ganz präsent, indem wir alles zulassen, aber auch loslassen. Mit Innervice können wir alle Dinge behandeln, können wir Dinge zurückholen, können wir Dinge klären. Darum sind meine Sessions so unheimlich wirksam von vielen, die Innervice benutzen. Das machen wir jetzt mal auch. Wenn du Heilung brauchst, guck einfach mal, wo es in deinem Körper zutage tritt. Und jede Idee, die limitiert ist, die unwahr ist, die aus der Vergangenheit stammt, die dich zurückhält, schlägt sich auch irgendwo im Körper nieder. Daher ist der Körper ein wunderbares Instrument der Klärung und Heilung, um einfach anzuzeigen, wonach Heilung notwendig ist. Jetzt geht er mal rein. Es kann sein, dass du um die Augen eine Enge spürst, eine Kontraktion, dass du also eine bestimmte Sichtweise verteidigst oder dass dir der Hals eingeschnürt ist, weil du immer so viel heruntergeschluckt hast. Das lasst du jetzt einfach mal hochkommen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Und lasst es aus dem Kopf heraus fließen, wenn es möchte. Die Augen, die entspannst du einfach und bittest einfach um die Wahrheit. Dass du die Wahrheit sehen möchtest und die Wahrheit ist immer die Einheit von dir und dass du immer noch in Gott lebst, in der Quelle, dass du die Quelle nie verlassen hast. Und so lässt du alle Dinge zu und ich lade die Heilenergien ein, bei dir alles zu lösen, was gelöst werden möchte. Und du mehr dich auf diesen Moment einlassen kannst, der immer der gleiche Moment ist, ist keine, es findet hier keine Abfolge der Zeit statt, sondern dieser Moment ist immer der gleiche. Und dich auf diesen Moment einzulassen ist deine Befreiung. Du erlaubst Energien, du erlaubst es den Energien von außen durch dich hindurch zu fließen. Und wenn die auf Widerstand stoßen, dann ziehst du dich nicht zurück. Du setzt diesen Widerstand im Licht aus. Das fühlt sich unwohl an, das können fast schmerzhaft sein, weil du die Blockaden stärker zutage treten, wenn sie ins Licht treten und wenn das Licht die Blockaden auflöst. Und da brauchst du Geduld, dass du das lange Zeit hältst in deinem Bewusstsein. Setzt also deinem Körper dem Licht aus. Und du erkennst einfach auch, dass du anwesend bist, dass du bewusst bist im Körper, im Kopf erstmal. Und diese Bewusstsein ist praktisch dein Weg zur Befreiung, den ich also als das Ich Bin, den Ich Bin Prozess bezeichne. Indem du den kultivierst. Und du merkst, dass wir diesen Moment miteinander teilen, mit allen, die dieses Video wirklich jemals anschauen. Das verstärkt gegenseitig den Effekt, den wir haben wollen, diese Anwesenheit im Licht, die wir miteinander teilen. Ja, wenn du eine persönliche Session haben möchtest, bist du eingeladen. Solange ich Zeit habe, mache ich es gerne. Der Link ist unten unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. 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 Danke fürs Zuschauen.